um nein tut es nicht, das läuft über die Frostbite-Engine, ganz einfach oh das braucht kein DirectX geil finde ich die Source-Engine wie soll ich jemanden abbauen? wow oder fackeln aufsetzen ja, ich bin aufgetreten, ich bin aufgetreten sag ich nicht, sag ich nicht wieso, was hast du? ich guck mal die Videos an, dann weiß ich sowieso ja, Wüstentempel Hon, sag's einfach oh der ist genau hinter der Wüste im Wasser oh scheiße, wenn ich den blauen ja im Wasser woher wollen wir ich laufe wie die ganze Zeit rum und sonst was, ich habe hier gar kein Ziel gerade ich du bist ja auch Gold, Eis jedes Mal weil ich sage, was ich tut Eis oh nicht, Diamanten ja, weiter ja, Alter, ganz viel Gold ich tausche einen Diamanten obwohl, nee, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht das, 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 das will ich mit dir alleine besprechen ohne Raffi sonst Raffi eifersüchtig denn ich bin schließlich Raffi klick, klick alles was ich tue ist so interessant und toll und prall die Kohle die Kohle nehme ich jetzt auch mit weil ich oh hey, ich habe eine private Höhle gefunden eigentlich nicht, weil wenn ihr den Tempel findet dann oh, ich habe TNT gefunden warum bist du bei Steam auf, da kann ich dir erst gar nicht schreiben, was ich dir anbieten will sicher du bist auf ja schlägst an von 49 Minuten ich habe den PC gestartet das ist 49 Minuten mehr nein aber warte, ich komme gleich zu dir einfach und ich habe einen Case bei der Spawner oh, das ist cool ich habe Halt und Kohle ich fühle mich, dass es ist, was du hast so, ich werde jetzt mal angeblich ich werde jetzt erstmal rausgehen und wenn du dann mal gucken, was ihr Typen so alles gebaut habt das heißt, wenn du jetzt eigentlich auch wo du äh, Luke ich baue heute oder, äh, morgen oder übermorgen und die Festplatte aus meinem alten PC aus ah, cool so, hier ist noch Steam geil ist das denn? ich habe hier so nie bespricht gefunden und das ist nur meins was ist das? sag ich nicht, es ist meins aber es sieht so geil aus was? was hast du Raffi? du willst, dass ich, äh, du willst, dass ich dich töte um herauszuwenden, was du hast äh, äh, so oder so das kann ich einrichten danke, finde ich nett danke, finde ich nett da kommt mir irgendwas lustiges muss ich ja wieder hier, ähm äh, ich halte hier die Show am Laufen mit euch beiden Puttnasen so, ich würde dann jetzt anfangen, äh, dein Haus abzubauen ja, genau so nicht so okay das ist nett dann fang ich ja mit jetzt ein Moment, ich, äh, zeig dir dann, äh, äh, hier mein Haus zumindest, was, äh, davon übrig bleibt damit du es genauer gegenüber den Zuschauern erzählen kannst weil du das ganze ja eh nicht aufnimmst und damit, äh, macht es keinen Sinn, dass du wiederholst, was ich sage und damit bin ich wieder der King das ist hier, ich war's immer das ist hier ich hab' irgendwie das gefunden meine Gedanken sind meine Trennzpunkte äh, ich auch nicht oh, ich mag Karotten die sind geil ich müsste öfter mal nach Schlesdorf kommen ich hab' ne Idee, wir machen das so ähm ach, warte, zu spät, gehe ich gar nicht mehr, egal was hast du gefunden, Raffi? da geht nicht das ist mal okay, ich fang jetzt an dein Haus abzubauen alter, ich bin grad bei dem Haus lol, du bist hier gar nicht Spacko ach ja, ich hab' ja zwei Häuser ah, falsche Richtung Alter töten ist jetzt echt Junge uncool was hast du besonderes gefunden? äh, sag ich dir immer noch nicht, gib mir meinen Scheiß wieder ganz ehrlich, wir sollten jetzt langsam mal die Aufnahme beenden wo sind die Kurskoordinaten nochmal? ich hab' keine Ahnung, wo die Richtung gehen muss ach, warte die hm ach ja, du sagst, du hast den Bett gebaut hab' ich nicht, ich hab' nur die Wolle dazu gib mir meinen Scheiß bitte wieder ja, der liegt da jetzt bin mir sicher, dass du irgendwas aufgenommen hast doch versehentlich oder nicht ah, du hast da bis da zu lieb' ja, hab' ich wahrscheinlich wir sollten langsam scheinlich gut ja, sollten wir Moment, ich will erst mein Scheiß aber erst wird Raffi offenbaren, was er gefunden hat nein, witzig ok, dann ist jetzt Raffis Haus dran nein, ist es nicht Moment, wer leitet dieses ganze Let's Play Projekt eigentlich? wir beide ach, verdammt anderer Typ, Luke, tu was dagegen du willst ja nichts gegen das Unternehmen doch, er unternehmt was dagegen, weil ich es sage, weil ich Raffi bin deswegen ja gerade nicht deswegen ja gerade doch, ich meine wie sollst du das also einfach sinnieren deine Sachen liegen jetzt da ja, das ist schön wenn du alles da gelassen hast, was ich hier irgendwie nicht glaube, dann habe ich am Ende zwei Sugarcane mehr als zuvor ja yeah genau, ein gebrannter Stein fehlt wieso das? weil ich die unterwegs aufgesammelt habe glaube ich brauche uns gesammelt ja, dann kannst du mir jetzt trotzdem erzählen, was du gefunden hast sonst baue ich jetzt wirklich gleich dein Haus ab ja, die Zuschauer wollen es wissen ok, ich fange schon an irgendwann werde ich nicht dafür revanchieren aber ich ich habe eine Schlucht gefunden, ist meine, bleibt auch meine und diese Schlucht, verdammt dich, laufe immer falsch lol du musst nach X3 und minus 303 und Z 700, Z800 ich bin da ach so ok, was hast du dir jetzt besonderes gefunden? komm mit, ich zähl's dir lol, ich hatte mehr Karotten glaube ich ich hatte 40 vor ja, 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 dann beenden die Aufnahme jetzt na gut tschüss